du sie den dann hier mal mit einem scharfschützen gewerbe ballern so denn jetzt da unten auf der straße wenn du zum bus guckst ach du da kommt ja wirklich ja ich schieß mal ich nicht getroffen cool cool wo alt was war das ich ach das sind noch hunde unten ah scheiße da sind dann doch zwei hunde noch dazu da kommt irgendwie alter das hängt bei mir cool achtung hunde das hat nichts gebracht hunde hunde alter scheiße ist auch cool den anderen seh ich nicht mehr das hier der macht uns auskoppelt jetzt rennt er weg ja wird schon gleich wieder kommen einmal fleisch ja schön ne der rennt sich nicht weg ja tschüss dann kommen wir da vorne mal noch in das zelt rein schnell oder jetzt kommt doch jetzt kann doch machte gut das ist doch wichtig ja gut mit meiner 9 mm ach nimmst du das fleisch ich das fleisch nehmen ja ja in der stapel zählen du hast auch welche ne dann gehen wir mal vor ne der typ mit seinem scheiß quad wieder aber ich nehme erst mal links hin flashbang das wäre natürlich auch geil wenn wir uns oben in dem wald dann verstecken neben den zelten und wenn wir da mal eingefahren kommt erst mal so schlafgas hinschmeißen dann glitscht der hier der ganze zeit wieder josef durch die kante gibt es irgendwie bloß pig-äxte ne hier liegt was oh hier ist ne AK47 geil was braucht die eigentlich für äh 726er ey hier kommt irgendwo einer ja ich weiß der hat mich gerannt hat gesehen ja ach der ist bestimmt da auf der anderen straßenseite ja ja der kommt hier hoch zu mir das gibt es doch gar nicht hat mich wieder dreimal getroffen das magazin hat a 15 schuss drin hier ist ein hunters pack aber ich glaube ich auch drei rein hier ist auch schon wieder ne betäubungsgewehr was ist denn jetzt mit den betäubungsgewehren die erste hat mre dabei zwischen drei packungen mre das hast du du hast nichts zu fressen naja bis auf das aber das fresse ich ja jetzt nicht wenn ich mal ein bisschen hunger habe ne aber wenn du mal auf null bist das ist ja das ist ja meine notreserve die ich jetzt erst mal gegessen weil ich ja bloß 39 leben und wie viel hast du jetzt was äh 95 trinken 97 essen also die hälfte hälfte macht es gut ja die tranquilizer dingsbums davon kann ich noch drei mitnehmen man kann es der 6 zu stapeln das tranquilizer also ich muss wahrscheinlich an der zeit dass das hatchet nehmen muss die chin mini bottle naja das ist ey wann findet man schon mal so eine rk 740 hab ich gestern noch von geträumt so eine zu finden das ist richtig ähm wo ging es denn jetzt so wieder rein sag mal wo hier im zelt oder was ja ne jetzt ist ja kein licht mehr ja da mussten wir mal scheiße ich sehe es nicht ach danke munition kann ich dir ja in der kiste geben ach da brauche ich auch noch das magazin quasi dass ich wegkommt einmal munition ist glaube ich schon in der kiste ein magazin mit und ich habe nachher jetzt eins mitgenommen mit 15 schuss geil du kannst ja alles in ein magazin packen ach ich glaube ich mach mal den scheiß atemschutzmaske da wieder ab weil die sieht irgendwie behindert aus ne den decken sieht man wie er dort liegt ja ich probiere es halt jetzt nochmal ich lege mal warte mal warte mal noch nicht drinnen ja wind mach mal schnell ich du mal meinen rucksack hinlegen warte mal 760 760 760 warte mal jetzt warte mal jetzt warte halt die zeit da musst du jetzt auch noch nicht hinlegen der liegt schon ich kriege ihn nicht mehr naja ist dein problem na klar wieder genommen warum stellst du denn den zwerg nicht hier draußen hin warum hast du denn die wende hier so schief gebaut wie sieht denn das aus eine große wende kannst du quasi immer noch nicht bauen ne so ging das dieses blaue lichtdingsbums irgendwas an dein ja das kannst du einschalten oder turn on und dann nehme ich die 4 und siehst du da jetzt irgendwas warte mal wo bist denn du hä boah geil achja das sieht natürlich schon ziemlich geil aus alter geht es bis da rüber bis wohin geht denn das ja bis unendlich jetzt brauchen wir noch eine nebelmaschine wo wo aber sinnlos weil wer geht denn da wo erstens das menü macht das an und dann geht es los ähm müsste man meine kleine von meinen knarren da reinlegen damit ich ein bisserl holz machen kann ach so warte mal ich du aber mal noch ne braucht denn jetzt theoretisch dann kann ich die andere 726 schon mal ne ich du sie mal mit rein oder noch es kommt jemand ne komm rein da ist er mit seinem scheiß quad der fährt jetzt garantiert auch zu diesem zelt hier ne klar hält er an siehst ne ach hier zu warum geht das net hast du dein megafon mach mal die alarm hier äh warte dingsbums nukleare alarm nukleare alarm ach scheiße das war viel schon jetzt sogar nicht vorbereitet der dämpfer drauf muss man auch vorbereitet sein das ist die chance nukleare alarm mit dem megafon sollte das ja eigentlich so auch echt gehen füllt war früher worden ne Scheiße, ist das laut. Ich hoffe, es tut mir da, es tut mir da. Wenn du redest, das hört man weiter nah. Ja, war es gehabt, cool, jetzt gehe ich runter und knall den mal ab. Ähm, drei Autos sind verboten. Ja, sag nur das mal. Aber das müsst ihr eigentlich wissen. Ja, der ist ja in der Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich gespielt habe. War das der vielleicht sogar? So, dann kann ich das noch hier reintun. Was, bin ich blöd? Scheint wahrscheinlich schon direkt zu sein. Ähm... So, dann kann ich das noch mal ab. Was brauche ich denn eigentlich für Booktours? Sand. Gut. Komponents. Storage. Large. Drei Furnierpanel und drei Lamper. Das ist ja gar nicht. Hast du das jetzt mal gebaut oder? Du hockst hier dort, wie wenn du scheißen musst. Scheißen direkt? Oh, da ist doch was draus gefallen. Mach's gut. Kräftig. Storage. Craft Item. Brauchst du da noch Holz oder? Nee. Viel zu viel gehackt hab ich schon. Kann ich ja fast so neun Meter Ausgucksturm noch bauen. Den brauche ich eigentlich für meine Sirene. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Oh, mach mal auf. Hier guck dein Arsch raus. Ja, ich muss ja hier raus, sonst kann ich das nicht setzen. Na schau mal. Alter, das ist eine hässliche Kiste. Ich hab aber nicht viel Mühe gegeben. Naja. Du das Ding. culche mal die 10mm Munition rein. Ach na ja, das ist halt so ne Sache ne? So ne Sache. Ähm. Ach, hier sind noch die 45er für dich. Wenn ich jetzt hier das Nervengas und das Schlafgas rausdue, dann bin ich mir sehr sicher, dass wir jetzt gleich rauchen. Aus dumm Diddle Day. Oder wir uns sagen. Hören wir jetzt dann einmal das Zeug mit. Nischl? Nischl? Gerät kann man mal gebrauchen. Seil tue ich mal rein. Da muss ich mal nicht hin. Die 45er, die brauch ich doch. Habe ich doch gesagt. Nehme ich direkt. Direkt auf der Hand. Drei Schuss lasse ich da. Kannst du mich dann mal wieder noch ein bisschen leiser machen? So, ja. So. Den Mushroom, den du schon annehmen. Jetzt Achtung hier. Auf die Kiste steigen. Warum schafft er das jetzt nochmal? Rausgucken. Zack. Headshot. Ich habe meine Karte dabei. Die Karte ist irgendwie viel besser. Jetzt mittlerweile. Da geht es viel weiter. Da unten im roten Gebiet. Neben dem Damm ist auch noch eine City. Hinter Brighton weiter. Also wir sind da in die falsche Richtung gelaufen, wo wir am Strand lang sind. Hätten wir, wenn wir an die andere hätten wir noch so eine Stadt. Ne, das lässt sich ja alles noch machen, ne? Ob es da was gibt, weiß ich nicht. Alter, du frisst wie ein Schwein. Ne, gut, machen wir schnell eine neue Folge. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020